Ich trage mir das Oh lieg mal Ich trage mir das 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 Aber kann euer Stuhl das Kauft jetzt mal einen Stuhl und joint der Stuhlgang 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 Ist Stuhlgang Link in der Videobeschreibung Kauft jetzt mal einen Stuhl Yey Baas Schau Leute was geht Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video Mit dabei ist heute der liebe Ascation Eyyy Tobi Guck mal in meinem Mund Alter, würdest du da nicht mal gerne richtig... Guck mal, guck mal, guck mal hier, faule Apfel. Würdest du da nicht richtig gerne meinen Creator-Code Revenset eingeben, meine Freunde, denn er ist wieder im Shop verfügbar. Erstes Gameplay hier aus Season 8, meine Freunde. Und ich habe mir das diesmal nicht rausgenommen, den Battle Pass komplett durchgekauft, denn ich möchte diesmal durchspielen, meine Freunde, ja. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Wahrscheinlich wird es niemals schaffen. Richtig. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen heute eine richtig nice Challenge. Und zwar möchten Tobi und ich heute maximal viel mit der neuen Kanone spielen. Wir möchten wirklich hingehen und uns gegenseitig komplett bei den Gegnern immer wieder in die Base karapultieren. und uns so unangreifbar für Gegner machen mit der neuen Kanone, weil ich habe nämlich gehört, meine Freunde, es gibt so ein paar Mechanics, mit denen das Ding komplett geistig krank übertrieben sein soll. Ich würde sagen, meine Freunde, let's go. Dieser Skin, was für Mimi, guck mal, guck mal, da ist er. Hi Leute, herzlich willkommen für den neuen Season 8 von Fortnite. Alter, meint ihr, dass die Wikinger irgendwann die Piraten überrumpeln? Hallo. Also, Wikinger und Piraten? Das ist das, was ich mag. Klamotten. Jetzt hast du mich. Okay, dann nehmen wir jetzt die Kanone und ich schieße dich immer in die Gegner rein, ja? Na ja, okay. Und du musst dann alles holen. Und wenn du es verkackst und du tot bist, dann bist du so ein Arsch. Da bin ich schuld, ne? Ja, klar, du bist ja derjenige, der reingeschossen wird. Das kenne ich ja, ja, klar. Du, ich meine, du schießt ja nicht und trägst die Verantwortung, dass ich da in die Gegner fliege, ne? Eine Kanone ist hier. Kann man die mitnehmen? Ja, die kann man mitnehmen. Das machen wir jetzt nämlich auch. Ja, kann man die echt mitnehmen? Ja, man kann die mitnehmen. Das ist der Inhaltsvideos, Mann, Tobias. Ja? Ach, man kann die rumschieben, oder was? Ja. Ach, man kann die mitnehmen. Tobi. Ey, Rebi. Ja? Pass mal auf, ich erzähle jetzt den lustigsten Witz und du musst jetzt lachen. Okay. Und so tun, als hättest du uns noch nie... Alter, hättest du noch nie gehört. Ich kann nicht reden. Mein Skin hat ja zwei Zehen, okay? Ja, ja. Weißt du, was man zu zwei Zehen noch sagen kann? Also, der Einfuß hat zwei Zehen. Ja. Weißt du, was man zu zwei Zehen noch sagen kann? Ich will es, glaube ich, nicht wissen, oder? Schätz mal, was ratst du? Tobi, warum... Ja, das ist eine Kanone. Eine Kanone ist meistens also... 20 kann man zu zwei Zehen sagen, weil 10 plus 10 sind 20. Alles klar! Ey, das ist meine Kanone. Wenn du die klaust, das ist meine. Ey! Ey! Oh! Hallo, ich war da drin. Ey, warte mal! Alter, wie gut! Tobi, ich weiß, darum geht es in diesem Video. Wie oft noch? Ja, aber ich kann hoch und runter steuern. Ja, ich weiß! Schieß einmal! Nein, Tobi, das Problem... Zugriff, drei, zwei, eins! Tobi, wir brauchen beide eine Kanone. Wir brauchen beide eine Kanone. Ja, da oben ist die Reine. Let's go, Leute. Wir pushen jetzt die Gegners mit der Kanone. Ah, ich bin reingestiegen. Aber warum? Warte mal, was ist der Sinn dahinter? Da haben wir doch zwei Kanonen. Ach, wir schießen uns da rein. Ja! Digga, ich habe sie jetzt erst gecheckt. Ich habe... Ist das so ab? Nenn das gebraucht, Wagenhändler! Lol, einfach weg. Ey, wir können jetzt einfach damit die gegnerliche Base so komplett kaputt nehmen, Alter. Also kaputt machen, also. Will ich aber nicht. Komm, wir fahren mal Richtung Retail, Ro. Oh mein Gott, ich werde gesniped. Hilfe! Wo? Ich werde gesniped. Da ganz oben am Berg. Ja, triffst du ja niemals. Zugriff! Ich habe ihn getroffen. Bei mir! Sehen die dich? Zugriff! Hilfe! Ich bin knocked, Mann. Was soll das denn? Will ich mich nicht! Stück Scheiße. Entschuldigung, sagt man nicht. Ah! Flick hin, steig ein! Hinter dir? Nein! Germany 2005! Alter! Gut, Tobi, vielleicht sollten wir also nur eine Kanone mitnehmen und uns gegenseitig immer nur in die Base schießen. Das ist also... Digga, ich habe wieder nur eine Pistole. Wieso sind die Hütchen aufgehängt? Das sind Plastikhünen, ey. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich bin down, ich bin down, ich war... Oh mein Gott! Moin, ich bin's Skate! Und der Team mit Auto! Die Piraten haben die Fenster zu verbarrikadiert. Weißt du, die Piraten. Die sind ja echt dumm. Ich glaube, die meisten Piraten waren schon ziemlich blöd. Wo bist du? Tobi, nein. Warte, stopp! Wuhu! Alter! Oh, das ist... Oh, Digga. Tobi? Äh, Junge, stopp! Bei mir sind Gegner. Echt jetzt? Sind wir die wirklich Gegner? Ja, so installt die halt, ne? Neben mir hier. Und die battlen sich. Soll ich kommen? Ja, ja. Oh! Die haben geschützt, oh Gott. Ah, ich komme! Tobi, ich bin über dir. Tobi, Tobi... Ey, warte, warte, aber du hast doch keine Kanone! Ja, was hätte ich machen sollen? Was hätte ich... Wie soll ich die denn mitnehmen, Alter, wenn ich mich so selber reinschieße? Wir müssen gleich wiederholen gehen. Wir pushen die Gegner, wir wissen, dass unsere Kanone steht. Wo denn? Da, wo ich geschossen habe, da, wo er baut. Ich bin gleich tot. Ich habe die schon mega lau gemacht, die Kollegen hier. Nee. Einen habe ich down? Wo ist eine andere? Der ist in dem Haus drin, ne? Da ist kein Haus mehr. Der ist ganz unten im Keller. Kanonenkinder des Südens! Die Kanone liegt eh unten, das hast du gut gemacht. Ja, ja, das war ja der Plan. Du hast es gar nicht geplant, sei ehrlich. Nein, habe ich nicht. Sei ehrlich, unter uns. Wir müssen doch wie Piraten reden. Ey, Tobias, let's go! Was? Hey, so redest du so komisch. Hör aus, so komisch zu reden. Ist auch unangenehm. Das war eher wie so eine sterbende Katze. Digga, wie es aussieht. Eins, zwei, drei. Mit deinem Kopf, Alter. Alter Junge, chill mal, guck mal, wo ich jetzt bin. Tobi? Alter, wie weit, wo bist du? Ziemlich weit weg, würde ich sagen. Man kann sich ja wegschießen mit der Kanone. Am Berg. Komm, steige die Kanone, ich schieße dich hoch. Es geht doch niemals gut, Kobi. Du musst nachkommen direkt, ne? Okay, komm nach, komm nach. Wir müssen, wir müssen die Rampe bauen. Tobi, es geht! Es geht nicht höher! Er ist bei mir, er ist bei mir, er ist close. Ich bin down. Dein Mate ist auch irgendwo. Beide bei mir. Der Nose kann nicht... Einer über... Locked. Der eine ist low, Digga. 30 AP nur noch. Äh, okay. Oh nein! Die Border! Sind da welche? Ich fliege in die Border! Nein, oh nein. Ähm... Oh, blickst du dich! Ich bin in die Border geflogen. Äh... Ich muss hier raus. Was war das für eine dumme Idee? Ich weiß nicht. Ich schieße mich jetzt einfach in die andere Richtung. Nein, nein, nein. Achso, warte mal. Ich glaube, die Gegner sind bei mir. Ja, der Gegner... Nein, der Gegner ist bei mir. Brauchst du Hilfe? Okay, warte, ich muss mich kurz drehen in der Kanone. Hab ihn, alles gut. Ne, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, Digga. Nein, 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 du fliegst außerhalb der Border, glaub mir. Das kannst du nicht steuern. Okay, ich komme wieder. Okay, ich fliege Richtung Border, ja? Ja, nee, warte, lass mich doch einfach mit... Wir schieben einfach die Kanone kurz. So, mein Doppel. Hey, noch nicht! Ah! Tobi! Oh mein Gott, ich bin fast in der Border. Okay, ich schieße mich auch. Tobi! Hilfe! Ich bin Beyblade! Ich bin ein Beyblade! Ah, es hat aufgehört. Tobi, wir haben unsere Kanone nicht mehr. Oh. Kannst du dir jetzt vielleicht holen gehen? Nee, die ist ja außerhalb. Ja, aber wir wollten die bis zum Ende des Spiels, also du hättest dich auch einfach schieben können. Ja, wir holen auch eine neue, oder? Ja, wo willst du jetzt eine neue Kanone auftreiben? Ich hol mir vorne das Lama, ja? Hallo, 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 Klaus, bei mir! Klaus? Klaus, Klaus, Klaus! Der ist auch Klaus bei dir hier. Ist down. Hä, wie schlecht sind die Gegner in vorne geworden? Äh, ich glaub grad ziemlich, also der war jetzt, also... Also der war jetzt auch nicht gut, der... Na gut, ist ja auch... Naja, ist ja kein Problem eigentlich für uns. Oh mein Gott, ich hab einen genockt. Das war stark, also kann man nicht anders sagen. Der Typ läuft weg, oder? Ich weiß nicht, ob du ihn gerade siehst, aber der ist mega laut, hab ihn mega laut geschossen. Er ist runtergefallen. Hä, wie überlebt der das? Warum baut denn der so schnell, was hat der denn davon? Also, der fällt doch jetzt runter und ist ja tot, also ich mein, jetzt... Nein, der ist bei mir... Uuuuuh! Nein! Oh, oh. Du hast mich runtergeschossen! Naja, wo ist denn der? Äh, ich hab ihn, aber er denkt auch, er ist der Beste im Spiel. Ne, war er ja nicht. Ich hab den einen genockt, der muss ja noch ein Teammate haben, der muss ja in der Base, in der Zone sein. Hey, wir müssen nicht einmal in die Border kommen? Ich geb den schon. Ich hab beide umgebracht einfach. Nein, ich werd angeschossen. Gut, hier sind ja wahrscheinlich mehrere Gegner, ne? Ja, kann sein. Lol, der Bush hat ihn geprotektet. Hab ihn. Nice. Der ist Richtung N-O, um am Berg. Jetzt baut er hier. Von links auch noch, von links auch noch N-O. Äh, N, N, Richtung N. Okay. Ähm. Ich hab den einen genockt, ganz rechts, der ist genockt. Okay, nice. Das war der, lass mal den Schildern. Das war der Snipe der Götter, das war der Snipe der Götter, Junge. Es war ein göttlicher Snipe. Achso. Ganz ehrlich, die Snipes, die sitzen heute, aber da kann man nicht anders sagen. Der kommt zu mir, will mich pushen. Ja, ich seh's. Easy. Also. Gut, also, es war jetzt. 17 Squadkills haben wir. Ja, ähm, aber irgendwie, also jetzt müssen wir noch mehr, jetzt gibt's Spaß mit der Kanone. Yay. Wo sind die Gegner? Da unten Gegner, da. Wo? Ah. Piraten. Ich hab sie getroffen mit der Kanone hier. Echt jetzt? Ja, aber so richtig fett, Alter. Ich auch gleich. Schuss. Alter gedockt. Wollen wir unsere Kanone zurückholen oder hier noch die restlichen Gegner holen? Nee, komm, wir holen die Kanone. Digga, diesmal machen wir das echt. Okay, komm. Wir sind dumme Piraten. Wieso sollten wir uns Kills holen, wenn wir unsere Kanone haben? Kanone. Kanone. Boah, ich hatte selten so viel Spaß. Meine Aufnahme von... Mit mir kann man das Wasserblut. Warte mal, wenn man mit einer Kanone ins Rift geht... Das mach ich jetzt. Stopp. Warte, 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 warte. Ja, ich warte, warte. Warte, ich schieß mal ins Rift, warte mal. Quartner Question. Kommt von oben so eine Ultra-Bombe, so eine Juke, macht alles kaputt. Oh. Nein, die Kanone bleibt unten. Dann komm ich nicht hinterher. Ah, hier ist unser alte Piratenbrot. Damals heimisch gewesen. Hier links, da am Steckernplatz. Kanone. 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 Ah. Ich bin auch voll kacke geflogen. Ich, äh, irgendwie stimmte meine Flugbahn gerade gar nicht. Hilfe bei mir. Ich bin Nock, Digga. Warum habe ich keine Shotgun? Ja. Nein. Wie kann der noch leben? Wie kann dieser Mensch noch leben? Warum mag das Sprinte denn so, Mann? Kanone. Kanone. Okay, ich will ganz nach da hoch. Drei, zwei, eins. Warte, 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 nein, lass mich aim, lass mich aim, warte. Schieß doch schnell die drei Sekunden. Du bist viel zu hoch, du musst nach unten aim. So? Ah. Okay, ich komme sehr gut. In die nächste Kanone, in die nächste Kanone. Kanone. Okay, zieh mich so hoch, wie es geht. Kanone. Oh, Digga. Wie weit fliegt man? Ziemlich weit. Ja, schon ziemlich weit. Okay. Alter, wir sind, Alter. What? Ich habe nichts zum Heilen, ne? Egal, wir schaffen es easy in die Zone. Oh mein Gott, Alter. Das wird der nächste Kanone win. Kanone. Das war, wir nennen das Kanonen-Zick-Zack-Movement, okay? Weil wir schießen uns von Nest zu Nest. Wir nennen das Kanonen-Zick-Zack-Movement, Leute, habe ich mir gerade aufgedacht. Und jeder erst nach... Warte mal, ich habe... Wenn wir jetzt hier unterhaltlich Gletschers postieren, sind wir safe. Was? Ich habe gesagt, wenn wir jetzt unterhaltlich Gletschers postieren, sind wir safe. Okay, ja. Den finde ich ich. Och, Manu. Den finde ich ich. Wollte ich auch. Da vorne wäre ein Piraten, das ist Tobi, ne? Echt jetzt? Also, so in Richtung N. Achtung, Seilbahn, Gegner! Da ist einer. Komm, schnell, rechts hier. Eins, zwei, drei. Wir haben keinen einzigen Hit getroffen, ne? Habe ich 150er gegeben, habe ich 150er gegeben. Sein Teammate ist vor uns, sein Teammate ist vor uns, vorsichtig. Och nein, sein Teammate ist gut. Das ist er nicht. Okay. Habe ich ihn down? Ne, er hat mich down. Wollte, wie hat er mich ge... Oh mein Gott, was für... Was hat er finished? Ja, Digga, er ist durch mein Bild durchgesprungen. Ja, er muss finishen wegen den Heals. Der andere ist echt low. Pass auf, ich werde ihm jetzt was zeigen. Lappen, ey. Der ist durch mein Bild durchgesprungen. Gut, Leute, das war's von der Piraten-Piraten-Action. Ne, den Win haben wir jetzt nicht mehr drin. Leute, das war's von der Piraten-Piraten-Kanone-Action. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut euch bei Tobi vorbei. Und Kanonen! Das war Crater Code. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.